Let's go, der Hase, Digga. Also es liegt es an Jason. Wird er jetzt hier die Kills machen? Wird er sich beweisen? Oder wird er einfach direkt drauf gehen? Oder wird er nur 1-2 machen? Reavance hat wie gesagt 2,5 Killpunkte. Er hat 2 gekillt und 1 genockt. Zählt wie gesagt 2,5 Killpunkte. Und Jason geht all in, Digga. Und wird glaube ich dann Tilly Towers gehen, Digga. Gib mal Weilens eine Chance. Er hat gerade eine 28 Kill Runde geholt. Ich glaube er hat 27 Kill gemacht, ne? Weil er hat er vor ein paar Tagen gemacht. Wie gesagt, Weilens ist dennoch, auch wenn er jetzt hier verlieren würde, ist er dennoch einer der höchsten. Dennoch. Weil er einfach, also bisher in den One-on-Ons alles besiegt hat. Weil er sonst, abgesehen von dem hier, das Killdoy gewonnen hat. Okay, jetzt 1. Jetzt muss er hier gegen... Gegen Jason spielt, der schon sogar 2 gewonnen hat. Jason ist wieder Modus, ich spüre das. Jason ist wieder Modus. Oh! Oh! Oh shit, 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 Jason, Bruder. Harte Gegner. Harte Gegner. Harte Gegner. Hart wie Stahl. Halben Punkt hatte er, aber das ist halt auch nicht viel. Turret, haben wir Turret gelauncht. Besser im Arsch. Aber best, 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 bester Laufweg, bester Laufweg gelegen konnte. Ich glaube, so harte Gegner und so harte Gegner. Hart. Hart. Es ist einfach nur hart, was hier gerade passiert. Also Jason wird hier gerade richtig geprüft. Mit harten... Leuten, Digga. Er wird hier richtig geprüft. Oh, das sind glaube ich die härtesten Gegner bisher im Programm Kildor, Digga. Die sind richtig eklig. Die sind so richtig eklig. Aber er kann die noch machen. Die haben vielleicht glaube ich keine Mads. Sauber, Jason. Sauber, Jason. Aber es zählt dennoch. Nur als ein Kill-Point. Er muss den noch machen. Dann hat er drei Kills. Kino-Film, Digga. Oh, Digga. Heftig. GG. Ja, Digga. Also damit hat Jason ja wenigstens hier die zwei Punkte gecatcht. Digga. Damit hat er fünf Punkte. Rivens hat vier Punkte. Und... Wines hat Still noch immer null. Und ich glaube, das Ding ist hier auch gleich beendet. Okay. Ja, nimm die Band aus, Digga. Nimm die Band aus. Ah, das wird schmerzhaft, Digga. Nimm die Band aus, nimm die Band aus, bitte. Nimm ganz viele Band aus. Ja, das ist so hart, was hier passiert, Digga. Ja, ich weiß nicht. Hätte ich auch gemacht. Ganz einfach. Ach, einfach abhauen. Oh Gott. Aber die werden lockerer, das Tramp auch. Ich glaube, ich habe eine Lama gesehen, Digga. Habe ich auch eine Lama gesehen, Digga? Scheiß auf. Ich muss abhauen. Ich muss... Digga, Bruder. Sei nicht zu nervous, Digga. Sei nicht nervous. Hau ab, Digga. Digga. Viel zu gefährlich gerade, was hier passiert. Viel zu gefährlich, Digga. Man nannte sie die unbesiegbaren, doch. Der ist ja, ich stellte sie auf die Frühe vor. Diese Sprüche. Hey, Hannes hat auch das Lama gesehen. Also wie gesagt, ich habe das Lama gesehen, Digga. Also meine Adleraugen haben erkannt. Ey, wenn man bedenkt, ne? Die Leute sterben mit zwei und drei Kills. Das ist eigentlich nichts, Digga. Ohne Witz. Das ist eigentlich wirklich nichts. Aber, Digga. So ist es halt im Viertel. Bruder, was machst du, Jason? Nein, tu es nicht. Nein, lass es, lass es. Ich weiß, du hast ein brutales Ding. Aber die haben alle 200 Leben, Digga. Das bringt nichts. Wenn du einen Headshot gibst, gibt es nicht mehr als 104er Schaden. Lass es einfach. Jason, tu es nicht. Hau einfach ab. Digga, ich... Er trifft doch echt wie ein König, aber... Das bringt halt nichts. Die haben zu viel Leben. Was ist deine Taktik? Ich verstehe seine Taktik, Digga. Okay, jetzt verstehe ich seine Taktik. Er will... Er will die Welt nicht auseinandernehmen. Ohoho, Jason, Alter. Oh mein Gott. Ohoho, mein Gott. Ohoho, nein. Bruder, Jason. Ich hätte nicht erwartet, dass er das noch macht, Digga. Aber er hat alle Erwartungen übertroffen, Digga. Er hat... Ey. Man kann nichts sagen, Digga. Man kann nichts sagen. Er hat alles perfekt gemacht. Ich habe auf diese Details geachtet. Ich habe gesehen, wie dieser eine Frostskin... Er hatte quasi den Moment, auf ihn zu schießen, aber er ist kurz das Zurückgewischen, um einfach in den Moment wegzunehmen. Er hat... Digga, ich... Das... Kommentarlos. Ich kann nichts sagen. Er hat einfach da alles richtig gemacht. Das war nicht nur spielerisch. Das war auch brain-technisch. Alle erste Sahne. Höchste Level, Digga. Das habe ich... Sowas habe ich selten in meinem Leben gesehen, Digga. 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 So, Digga. Wow. Puh. Digga, das war zu heftig, Bruder. Das war zu heftig. Das war zu böse, Digga. Das war echt... GG. So, Maschiro, ich downloade das gerade. Maschiro, ich schicke es mal einfach auf meine E-Mail. Ich schicke dir meine E-Mail. Einfach als PNG... Ähm... E-Mail schicken. Danke dir. Danke dir. Oh, Maschiro, du musst noch nur hinzufügen, dass es für den Win, also Win unter 12 Kills oder so, also allgemein Win, äh, musst du noch, ähm, kriegt man noch einen halben Punkt. Das musst du noch hinzufügen. Das sieht aber sehr gut aus. Kannst du mir das dann per, äh, PNG schicken? Auf Ehre, Digga. Danke dir. Ich spiel sogar ohne AR. Wisst du warum? Juck die nicht, Digga. Juck die nicht, Digga. Juck die gar nicht, Digga. Das ist Jason. Er braucht keine AR. Das war grad böse, Digga. Digga, wenn Jason noch diese Runde jetzt mit dem Win holt, ne? Halber Punkt verdient, Digga. Ohne Witz. Ich, Digga. 12 Kills wird schwierig. Also wenn er, wenn er jetzt noch 12 Kills macht, Digga, dann, dann werde ich echt wahnsinnig, Digga. Das ist, ja, ist schon schwierig, Digga. Also er hat zwölf Gegner, aber die scheinen sich gerade alle gegenseitig zu rasieren. Die sehe ich gerade im Feed unten links. Ja, die rasieren sich gerade alle. Young Dagger Dick ist auch in der Lobby. Young Dagger Dick? Young Dagger Dick oder was? Young Dagger Dick? Ist auch in der Lobby. Cam, was ist mit der Cam los? Cam ist alles gut, Digga. Wollt ihr nicht pranken oder was? Hier, Cam. Ah, shit. Das lag gerade. Mein Stream lag gerade ein bisschen. Oh, shit. Shit. Aber jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder. Okay, gut. Äh, setzt die Facecam mal um. Ja, aber ich will das... Ah, okay, komm. Es sind sowieso keine Streamsniper hier. Nee, Digga. Das trifft ja keiner. Kann er nicht treffen. Er trifft, Digga. Ja, das waren sie nicht. Er muss gemeldet werden. Spaß. Digga. Er will einfach noch alle holen. Hab ich gerade Lama wieder gesehen, ne? Nee. Jason, Digga. Nimm die Schocker, nimm die Schocker. Nimm noch die Minis. Nimm noch die Minis. Nimm noch die Minis. Jason, Alter. Mit den Jason-Tons. Oh, nee, Digga. Jason, er kann das machen. Er kann 12 Kills machen plus Win. Wenn er das macht, Digga. Digga, das ist over eigentlich. Das sind so viele Punkte, Digga. Oh, nee. Shit. Gegner, komm. Er muss ihn holen. Das ist ein Noob. Oh, mein Gott. Nur noch drei Kills. Jason, nur noch drei Kills, Digga. Und die haben sich den High-Ground der Vergewaltigung geholt. Aber die müssen gleich weg wegen der Sauen. Ja, hol dir noch die Mets, Digga. Hol dir noch die Materials. Digga, dieser Mensch, Alter. Digga. Oh, okay, sauber. Er hat Sturzschaden bekommen. Was ist dein Vorhaben, Jason? Oh! Warum trifft er alles? Okay, Minis. Gönne Minis. Gönne Minis. Schnell, schnell, schnell. Er hat, glaube ich, den ganzen Squad als Gegnerteam. Oh, was macht der? Digga, der Typ ist Wahnsinn. Der Typ ist eine Legende. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt schon, Digga. Letztes noch ein Underdog. Heute eine Legende, Digga. Eine fucking Legende, Digga. Eine fucking Legende, Digga. Scheiß auf alles. Der Allerechte. Jason, you. Digga. Der komplett echte. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich verstehe. Ich versuche es zu verstehen. Aber mein Gehirn sagt, nein. Du kannst es nicht verstehen. Du kannst es nicht nachvollziehen. Das ist unmöglich. Boah, Digga. Der Typ, Digga. Der spielt auch irgendwie wie ein verrückter, Digga. Er muss sein Rocket-Lad nach. Genau, genau. 13 Jahre alt und so verrückt, Digga. Er ist der Einzige, den ich kenne. Er könnte es mit Mongual aufnehmen. Er ist der Einzige, den ich kenne. Oh nein. Oh mein Gott, Digga. 12 Kills, Chase, ein halber Punkt. Extra, du noch ein Kill. Und so hast du einen ganzen Punkt extra. G. G. Digga. Er ist der Einzige, der Mongual besiegen kann. In den Kill-Duell oder 101 oder sonst wo. Er ist der Einzige, den ich kenne. Noch nie habe ich so einen guten Spieler gesehen, Digga. Noch nie. Bruder, er muss das hier wohl machen. Aha. Aha, hat die Fosse hochgetrafft. Oh mein Gott. Alter. Shit, Digga. Shit, Alter. Vorbei. Vorbei, Alter. Vorbei. Oh, nee. Es ist vorbei. So eine Runde, wo ich niemals kenne, Digga. So eine Runde, wo ich mir gedacht hätte, dass gewinnt er nicht. Da hat er doch, Digga. Speechless, Digga. Sprachlos. Krank. Krank. Kr- Kr-